Das Chateau Muniti ist eines von nur 23 klassifizierten Weingüter der Côte de Provence. Die Familie Marton schafft es in ihren Weinen den ganz besonderen Charme der Provence einzufangen. Die QWM wurde aus Surat, Carignan und Grenache erzeugt. Sie steckt voller Frucht in einer wunderbar kräutrigen Würze. Dazu kommen die Provence-typischen mineralischen und kühlen Akzente, die den Wein einfach unverwechselbar machen.